Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Half-Life. Oh ja, wie man sieht, gibt's hier wieder knallhart ab und... Idiot. Ja, und ich hier mit meiner Crew. Wir müssen gleich raus. Und ich hab so die Befürchtung, dass es bald ein... Schnauze. Dass es bald ein harte Battle bevorsteht. Ja, denke ich, what a win. Und oh mein Gott, ist das Spiel lauze. Moment. Aber den killen wir noch. Danke, Entschuldigung. Für Kill-Klau. Äh, merkt euch mal, den müssen wir töten. Oder töten lassen. So, Wachen spiel ich immer noch auf easy. Normal. Äh, wo war denn das nochmal? Audio, hier. Apply. Okay, selber ist zu leise. So. Ja, genau so. Warte. Stuhl richtig zusammenrücken. Ich schlag meinen Stuhl nicht zusammen, ich rückge ihn zusammen. Na, auf. Ich hoffe, man hört die Clicking-Sounds nicht so... Also die Klicken, also das von der Maus hier. Nicht zu sehr im Hintergrund. Haffe ich einfach mal. Und da kommt der Nächste. Okay. Nice. Äh, kommt der Nächste. Auf. Ich hab schon Komme-Darms mit dem Snipern versagt. Jetzt muss ich das hier... Wesentlich... ...de Nächsten 10 kriegen. Stirb. So, ich höre... Eins. Ah! Nein, 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 oh, nein, 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 nein. Oh, Granate. Nice. Nein, 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 nein. Wo ist er? Wo ist er? Ich mach ihn kaputt. Oh, natürlich, jetzt hast du schon wieder da hinten. Komm schon. Du großes Weichei. Ja. Haha. Gut, gut. Komm schon. Was tust du? Voller Konzentration jetzt. Try hard face. Ah, ich hab ihn nicht getroffen. Schade. Schade für ihn. Jetzt. Was? Wie? Wie? Okay, okay. Oh. Ich muss in einem richtigen Moment schießen. Komm schon. Ich weiß, dass du da... Ich weiß, dass du... Ja. Das ist wie ich roll. Gut, jetzt fallen wir uns erst. Oh, der hat uns zugesetzt. Und guck mal da unten an Strider. Ich hasse Strider. Oh, können wir etwas snipern? Moment. Moment. Das will ich auch probieren. Ich weiß, dass wir uns nicht mehr machen. Dude, that's not fair. Oh, er weicht sogar aus. Hehehehe. Hehehehe. Jetzt nicht mehr. So, komm hier durch. Nein. Irgendwo war doch ein Weg. Nein. Oh, nope. Irgendwie ging's doch hier weiter, oder? Kleine Sekunde. Irgendwie ging's hier weiter. Ich weiß nur noch nicht wie. Und wir haben noch eine Crossbow-Ammo. Ach, ach, Moment. Höh. Dammit. Okay. Hier geht's nicht weiter. Erstmal voll heilen. Höh. Da hinten sind Soldaten. Seht ihr die? Oh, na. Oh. Ah. Oh, wir hatten nur einen Schuss davon. Stöh. Au. Headshot. Ja, ich höre, das ist etwas zu hart für mich. Scheiße. Ich bin nicht gut in diesen Ballergames. Nein, nein, nein. Ich benutze lieber mein Hirn. Aber wenn ich so richtig... So richtig in Rage bin, kann mich auch nicht aufhalten. Stimmt der. Ja, er stimmt. Stimmt. Was? Don't break up. Doch. Tu es. Tu es. Tu es. Tu es. Oh, ja. Oh, ja. Medi-Kid. Ja, ja. Medi-Pack her. Was passiert da? Ja, stimmt. Ich muss das Knöpfchen drücken. Hab ich ja schon. Ja, sag das mal zu mir. Ja, sag das mal zu mir. Patch yourself ab. Ah, Double Barrel. Oh. Was, du lebst noch? Ich sag dir mal, du lebst noch. Oh, ich hänge... Nein. 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 Ich sagte nein. Nein. Ja, 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 ja. Ich bin tot. Okay. Ja. Meine unbesor... Oh. Nice. Wir sind wieder hier. Äh, yep. Es ist ein bisschen unpraktisch jetzt. Warte, warte. Wir haben noch die Ladestage. Auf, komm. Ich werde sie empfangen. Ah, komm schon. Ich weiß, du kommst. Erstmal aufladen. Ach, nee. Das, ähm... Ja, natürlich. Der Transporter. Das Transporterschiff. Was? Haben wir das schon? Hey. Was? Ich hab nichts getan. Okay, wie viel... Oh, ho, 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 ho. Okay, wir benutzen die. Warum können wir eigentlich nicht das Rutschpunktvisier benutzen? Wäre praktisch. Wäre sehr praktisch. Könntest du... Könntet ihr jetzt dieses Tor aufmachen? Ich wäre euch sehr dankbar. Wenn ihr euch von mir töten lassen würdet. Ach so, okay. Ich hab schon gesagt, sie machen's. Tja. Ach, da kommen noch mehr. Ah! Nein, 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 nein. Oh, natürlich. Jetzt funktioniert's so. Huh. Okay. Okay. Seiftet. Au! Ah, okay. Da kommen die wieder. Ich drücke den Knopf. Es fährt runter. Ich aehm ein wenig mit der Pistole. Da! Nein, ich bin fest. Oh, gut. Okay. Keine Panik, keine Panik. Ich habe alles in der Kontrolle. Nicht. Oh, komm schon. Ja! Ich würde mal sagen, Strike! Nein. Nice. Ja, äh, mach du mal. Hände hoch! Ach, hier lebt ja keiner mehr. Ha, ha, ha. Äh, ja. Nice. Und eine Ladezone. Sollte ich was trinken oder nicht? Ich glaube nicht. Auf, komm schon. Wir haben ein wenig dabei, sehe ich gerade. Oh, schön. Hat jetzt auch niemand gewusst und bemerkt. Ich erspare mir jeden Kommentar. NPCs sind einfach nur blöd. Oh, da unten geht's zur Hölle. Nein, 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 nein. Oh, doch, 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 doch. Ja, danke. Du wirst das nicht bereuen. Oh. Ja, komm doch mit. Ja, komm doch mit. Strider. Albtraum. Ja. Strider. Wo? Ah. Ha, nein. Aua. Ah. Ah. Holy shh. Dies, Strider. Machen keine Witze. Ich muss nur mal laden. Tut mir leid. Die machen keine Witze. Okay, Sprint-Power-Safen. Ich glaube, hier für den Teil ist es einfach zu schwierig. Jetzt halte ich mal wieder zurück auf easy. Oh, nice. Nice shot, dude. Okay, wir müssen sie eben... Ja, ja. Wow. Ja, wenn uns das trifft, sind wir auch irgendwie am Arsch. Ja, genau. Hallo. Direkt ins Gesicht. Ich muss hier sogar durch. Dann hier hoch. Und hier rein. Und hier ist hoffentlich... ...ein einziger Raketenwerf. Oh, Moment. Ich habe ja schon einmal eine aufgesammelt. Also... Nein! Die halten vier aus! Oh! Da hat mir einer was da gelassen. Ja! Was? Fünf! Ja, fallen die... Ah! Ja, 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 ja! verdammt ok nimm dir und hau ab okay ich weiß wohin nein ich weiß nicht wohin ich wollte nur irgendwie auf mutter wirken verdammt im feuer sollten am besten nicht gehen und das ist gut für dich nein vorher ist ganz böse irgendwie hier lang ja genau da wo die einmal über den komplett auftrad-radan- ab Chang'an gi benefit ich muss nur Fliegen können und die ganze Landschaft von oben sehen Wir werden hier niemals lebend rauskommen. Die muss ich doch heute bringen. Go away. Go Hawaii. Hahaha. Yeah, keep running in circles. Oh ja, da können wir... Ja. Oh, das haben wir doch schon mal gehört, oder? Hey, don't have supplies. Oh, nice. Ich werde ihn nun vernichten. Passt auf. Yeah. Die halten aber ziemlich viel aus. Okay. Was? Lebt hier noch einer? Ich dachte schon. Oh. Komm schon, stirb. Okay. Wow, er hat mir keinen einzigen Schaden gemacht, als ich draußen war. Wahrscheinlich, weil ich ihn mit Raketen einfach so zugespampt habe, dass er gar nichts mehr machen konnte. Nein, komm. Ja. Nein, da ist ein zweiter. Ein dritter, meine ich. Wow. So unglaublich lange ich dafür gebraucht habe. Um das zu merken. Come on. Nein, da kommt noch einer. Wie viel denn noch? Oh mein Gott. Oh. Was? Okay. Keep spamming rockets. Äh, super. Das hilft mir jetzt auch wirklich. Anzug, lieber Anzug. Komm schon. Oh. Habe ich ihn getroffen? Oh, da kommen unendlich. Da. Macht Blatt, sein Strider is on the way. Kommt her. Ich mache euch platt. Nach einem kurzen Druck auf F6. Rage. Oh. Rage war eine blöde Idee. Warte, 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 warte. F9, ne? Okay. F9 war quickload. Ach so. Lädt automatisch. Lädt automatisch. Nicht ladet. Super. Ja. Ja. Ja, irgendwie hat es schon den Sinn erfüllt, oder? Ja, denk schon. Ach, wenn wir noch 5 Leben haben, aber hey. Supplies. Und eine Ladezone. Die Ladezone hätten sie sich sparen können. Aber okay. Hm. Uh-oh. Keep moving. Ha! Right on my face! Gut.